Ich bin Emanuela und ich versuche das 16. Gymnasium. Das ist einer der besten Gymnasiums in Berlin. Da haben die Schüler die Möglichkeit, sehr viele Fremdsprachen zu lernen. Zum Beispiel Deutsch, Englisch, Italienisch, Russisch, Orthogesisch und so weiter. In diesem Gymnasium findet ein anderes Projekt statt. Die Hotspot-Sager, die Balkanroute, wie kennt er auch die Flucht. Und da sind sehr viele Schüler aus Albanien, Bulgarien, Bosnien, Slowenien und Brasilien gekommen. Und da haben wir sehr viel über die aktuellen Probleme gesprochen, über die Probleme der Flüchtlinge. Und dieses Projekt hilft uns, diese Probleme besser zu verstehen. Die Flüchtlinge 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 Amen.